Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich mal wieder für euch auf Reisen, nämlich im DAS 7, das Gesundheitshotel. Und was genau alles passiert und was mir auch im Wellnessbereich passiert ist, das seht ihr in diesem Video. Ja, wie ich euch schon gesagt habe, bin ich hier im DAS 7 Gesundheitshotel. Und der Wellnessbereich finde ich ganz besonders, denn hier ist nicht nur klassisches Wellness angesagt, sondern eher so Function Wellness. Das heißt, du kannst, wenn du willst, dich vorher analysieren lassen und aufgrund dieser Ergebnisse die passende Wellnessbehandlung für dich auswählen. Also eigentlich eine ganz coole Nummer. Also auf den Bedarf zugeschneidete Behandlungen, Massagen. Aber was erzähle ich denn? Ich zeige euch als allererstes mal mein Zimmer und dann ein Blick in den Wellnessbereich. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen und das 7 ist euer Traumhotel. Also ich finde es total cool hier, man fühlt sich sofort wohl und es ist eben nicht nur ein bisschen wischiwaschi, sondern es geht ein bisschen in die Tiefe, etwas in die Gesundheit und ich glaube, wir könnten alle etwas mehr für unsere Gesundheit suchen. Hat euch das Video gefallen? Lasst mir einen Daumen hoch da oder doch viel besser hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier habe ich ein Video, was euch gefallen könnte und wir sehen uns wieder bei einer der nächsten Folgen von Monaco Deluxe.